Hi, ich bin Melanie Retzlaff, Inhaber von Business mit Struktur und in diesem Video zeige ich dir, wie du einen Onboarding-Prozess für deinen Kunden gestaltest. Wenn dein Kunde gekauft hat, ist es ganz wichtig, dass die nächsten Schritte hochgradig professionell ablaufen. Dein Kunde denkt sich immer noch, ich habe zwar jetzt ja gesagt, aber war das wirklich die richtige Entscheidung? Ist mein Geld wirklich in guten Händen? Und wenn du einen guten Onboarding-Prozess hast, dann kannst du ihm zeigen, ja, lieber Kunde, es war die richtige Entscheidung. Hier zeige ich dir, wie professionell ich bin und wie das kommende Projekt jetzt wirklich aussieht. Freelancer und Dienstleister machen ganz oft den Fehler, dass nach dem Kauf, dass sie sich für mehrere Tage nicht mehr melden. Der Kunde denkt sich dann, was ist denn jetzt, was passiert denn jetzt als nächstes? Ich habe dir mein Geld gegeben, jetzt möchte ich gerne wissen, was passiert. Das heißt also, wenn du einen richtig guten Onboarding-Prozess hast, kommst du mega professionell rüber und sorgst dafür, dass der Kunde keine Angst bekommt. Und ein Kunden-Onboarding-Prozess ist gar kein Rocket Science. Mein Onboarding-Prozess zum Beispiel besteht aus sieben Schritten. Und ich arbeite hier gerne mit dem Tool Process Street und habe diesen Onboarding-Prozess einfach standardisiert hinterlegt. Bei mir ist es so, am Anfang muss ich einen Kundenordner im Google Drive anlegen, wo alle Dokumente, die wir gemeinsam erarbeiten, reinkommen. Dann als zweites ist es bei mir so, dass ich einen Goodchain-Code in meinem Shopify-Store anlegen muss, damit der Kunde sich die Materialien runterladen kann. Und je nachdem, wenn du mit einem Team arbeitest oder zukünftig mit einem Team arbeiten möchtest, ist es immer total sinnvoll, diese einzelnen Schritte, wie man etwas macht, zu dokumentieren. Das kann man im Process Street ziemlich gut machen. Das macht man einmal und dann ist es für immer da. Und wenn es mal ein Mitarbeiter machen soll, dann kann er sich hieran langhangeln. Der nächste Schritt für mich ist, das Willkommenspaket anzufertigen, in den Ordner zu legen und freizugeben. Was ist ein Willkommenspaket? Da habe ich ein extra Video für gemacht. In der Beschreibung von diesem Video verlinke ich das extra Video zum Willkommenspaket. Unbedingt anschauen. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Jeder Kunde sollte ein Willkommenspaket bekommen. Der nächste Schritt ist, ein Bonus in den Ordner zu legen. Ich möchte meinen Kunden positiv überraschen. Wenn er bei mir gekauft hat, bekommt er Sachen, die er gar nicht erwartet hat. Und das ist in meinem Onboarding-Prozess einfach mit inbegriffen, dass dieser Bonus dort im Ordner liegt. Der nächste Schritt ist, die Rechnungsadresse herauszufinden, weil bei mir die Rechnung vor der Zusammenarbeit gestellt wird. Dann wird die Rechnung versendet. Und ganz zum Schluss, was immer wieder gerne vergessen wird, ist das CRM abzudaten mit den Daten. Und schon ist der Onboarding-Prozess fertig. Wenn der Kunde bei mir gekauft hat, schaffe ich es innerhalb von drei, vier Minuten die besagten Sachen fertig zu machen und der Kunde kriegt sehr, sehr schnell die nächsten Schritte. Wenn ich im Vertriebsgespräch bin, sage ich dem Kunden, hey, super, du hast jetzt zugesagt. Du kriegst in ein paar Minuten von mir eine E-Mail. Da steht alles Weitere drin, die nächsten Schritte. Mach dir keine Sorgen. Das ist ein ganz einfacher Kunden-Onboarding-Prozess. Und hier musst du dir überlegen, was sind die einzelnen Schritte, die du brauchst für deinen Kunden-Onboarding-Prozess. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Freunden und deinen Kollegen. Du kannst uns folgen auf Facebook, Instagram, YouTube und sogar Meetup. Und nicht vergessen, melde dich zum Business Insider an. Business Insider ist mein monatlicher Newsletter, wo ich viele verschiedene Ressourcen, Informationen teile und auch Sachen, die ich nirgendwo anders teile. Gehe also auf business-mit-struktur.de und melde dich zum Business Insider an.